Hallo liebe Meinschaftsumme Erstmal hier das Mikrofon richtig machen habe ich echt voll vergessen Ähm, ich habe ein neues Texturenpack, das sieht doch alles voll schön aus Also ich guck mal überhaupt, ob mir das hier alles so gefällt, ne Äh, jetzt kratzt es auch noch am Fuß, ey, äh Ist wohl nicht auf meiner Seite hier alles Okay, alles etwas gewöhnungsbedürftig Aber ich finde es eigentlich ganz toll Wenn ihr dieses, ähm, Texturenpack haben wollt Müsst ihr einfach nur unten in der Beschreibung gucken oder auf der Homepage unter Texturen Ähm, wie sieht denn das Bett aus? Äh, voll stumpf, voll grün Ähm, ja Ja Dann müsst ihr einfach unter, ähm, meiner Homepage gucken Unter Texturen Minecraft Texturen natürlich, äh, äh, das ist abgekürzt halt Ähm, MC oder so, irgendwie so wird das sein, ich weiß es jetzt nicht Lalalala Ach, wir gehen durch die Farbe hier Wenn wir uns schon die ganze Mühe hier gemacht haben, das zu bauen Dann nutzen wir das auch Gefälligst Und da muss ich immer zu machen, ich glaub hier mache ich, ähm, irgendwas hin, damit das automatisch zu geht die Tür Das ist Sand und Cobblestone Oha Was machen wir denn hier, ähm 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 Die Fackel müssen wir mal abmachen So, weil, ähm, die muss ich dann jetzt da unten hinsetzen Ach, Mensch Ach, toll, ja Genau da, genau da, Mensch Achso, liebe Leute, ähm, was ich nochmal sagen wollte, und zwar Ähm, werden wir, werde ich bald ein neues Ähm Ähm Also, was heißt bald Das dauert noch ein wenig, weil ich das Geld dann erst zusammen habe Und zwar, ähm Ist es Ein besseres Headset Das auch etwas teurer ist als alle anderen Ähm, es kommt, oh toll Es kommt von Logitech und, ähm Ich, also vom Aussehen her, sieht schon mal ganz cool aus Das Preis, ähm Ähm Ja, das, der Preis halt, ähm Ist doch schon etwas teuer, aber, ähm Ähm So viel, wie viel ich davon jetzt weiß, von dem, ähm Headset ist Das ist wirklich der, den Preis, ähm Wert ist Und, ähm Ähm Ja, also ich hab mich dafür entschieden Ganz stumpf eigentlich Und, ähm Ähm Ja, ich glaub, es wird mal Zeit nach, auf, auf ein neues, ähm Headset, weil das ist ja Nicht mehr so auf dem neuesten Stande hier So setzen wir jetzt hier überall erstmal wieder die Fackeln So, da oben waren keine Okay Dann haben wir hier mal frei so zwischen den, äh, Kästen halt Und dann können wir mal so machen Oh toll, man kann die nur bis 16 machen Ähm Ähm Hier machen wir Kabel Und da ist Sand, ne Hier machen wir Sand Achso Kabel Zack Da oben kommt genau das gleiche Sand Und Kabel Zack So, hier bleibt ein Abstand Und dann kommt hier, ähm Also Ähm 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 Wie können wir das denn nennen? Ähm 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 Machen wir mal Machen wir mal Redstone Und Ähm Äh Ähm Redstone Eisen Und Ähm Ähm Wie könnten wir das denn nennen? Warte ich bin ich halt aber überlegen Ähm Werkzeuge Ähm Werkzeuge Ne machen wir mal Ne machen wir mal Werkzeuge Tut mir leid, ähm Vielleicht werden wir das jetzt auch hier noch ändern, aber ähm Ähm Naja Ähm Ähm Naja das kann jetzt hier eigentlich bleiben, also so wild ist das jetzt hier nicht Und da machen wir mal Und da machen wir mal Ähm 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 Zack Zack So Hier ist Essen und da ist Essen und Jetzt habe ich Essen So Und Getreide Ne Warte Ähm Ähm Ja doch machen wir mal Getreide Ne Anbau Produkte Anbau Produkte So Pass ja perfekt Dateien Anbau Produkte Super Ähm Gucken wir mal hier Nichts Und Da ist Kies Dann machen wir mal hier so zack Und dann machen wir so Kies Ja Doch So Kies Zack 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 So Ja okay Das dürfte sich so anbieten lassen Ähm Was haben wir denn hier Eichensatzlinge Kies Set Link G So So Ich guck mal wie lange wir schon aufnehmen Boah ey Siebeneinhalb Minuten nur mit diesen scheiß Chests hier Machen wir mal ähm Kohle und Holz Holz Kohle Und Holz Zack Da Was ist denn da oben? Zack da ist nichts Da ist nichts Da ist nichts Guck mal hier Sand und Wolle Wolle So Gucken wir mal da Und hier was habe ich hier Glowstone Okay dann machen wir mal da so Meter Ne machen wir Aha Wie darf das gar nicht sein Iiii Nein ist es natürlich nicht Es ist nur eine Spaßlache also jetzt ähm Nicht denken dass ich wirklich so lache Nein Das ist nur eine Spaßlache Aber fand ich doch schon sehr sehr lustig Danke So Ich geh jetzt mal knacken Ich finde das X-Stone Pack eigentlich sehr sehr schön Muss ich eigentlich ganz ehrlich sagen Ähm So Ähm 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 Diamantenspitze Zickel Diamanten Eisen Eisen Eisenharmisch Aha Eisenflussschutz Blabliblock Ähm Ähm Dazu habe ich gerade gar keinen Bock Ob das eins zu sortieren Wisst ihr das Ähm Hier das können wir ja mal mitnehmen Das ebenfalls Und ähm Wir können jetzt erstmal noch ein bisschen Holz sammeln gehen Wäre auch mal eine gute Gelegenheit jetzt hier wieder ein bisschen zu farmen Ähm Ähm So So Weil Ähm Ich hätte da noch so paar Projekte vor mir Und ähm Ähm Aber Aber So Ähm Birke Ähm Mein Gott Ähm Wie kann man ein Baum Wie kann man ein Baum Birke nennen Frag mich bitte nicht Ich habe da keine Ahnung von Auf jeden Fall ich finde ähm dass das Holz hier sehr sehr geil aussieht ähm Und wie gesagt Habt ihr Interesse an diesem Texturen Pack Dann ähm Guckt in der Beschreibung nach Da ähm Findet ihr Ähm Ehm Einen Link wo ihr euch das downloaden könnt Und ähm Ja Hier ist eine schöne äh Fläche Ja das können wir dann immer zumachen So Ich guck mal wie lange wir schon aufnehmen Okay So Ziehen wir jetzt mal eben kurz Die Säplik sammeln wir nochmal eben kurz ein Oh ne da frage ich mich noch nicht dran Der ist mir doch noch zu groß So Lalalala Hier zack zack Hm Aber ich bring mal kurz die Säpliks weg hier Okay Okay jetzt können wir ja noch die quasi die Foto offen lassen Aber ähm Nicht mehr lange So ich verziehe mich mal eben kurz ins Haus Will ich nur gucken ob wir hier noch ähm Lalalala Ba 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 Da haben wir ja auch noch ne Chest Vielleicht haben wir die hier Ja Haben wir tatsächlich Das setze ich jetzt noch eben kurz Ah wartet mal Da fällt mir grad noch was ein Haben wir noch zwei Zäune Zack Und ein tor bräuchten wir Ich glaub da war ein tor So Damit diese fiesen monster natürlich auch nicht hier fein kommen ne Weil ähm Das wäre natürlich nicht so schnieke So Zack Toll hier in die Ecke natürlich auch So da Oh toll da nicht So Wie gesagt also wir gehen jetzt hier einmal vom Lalalala Da bitte nicht weil da möchte ich nicht So So Da haben wir auch keine mehr So wir sammeln jetzt noch ein paar Dann geht das etwas schneller hier Klar ziehen wir die Folge hier jetzt etwas wieder in die Länge Aber Ich glaub für den ein oder anderen Ist das gar nicht so schlimm Ich glaub das ist okay hier so Zack Ich glaub das genügt auch schon Ich weiß gar nicht ist das jetzt wieder schon zu viel Ja So Ähm Toll jetzt habe ich das tor eingesetzt Ähm Zack 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 Hier machen wir mal so Dann sieht das etwas besser aus Ich glaub das machen wir mal an jeder Ecke so Da auch Jetzt so nicht ne Also wenn schon dann richtig so Und da auch so So liebe Minecraft Freunde ich hoffe euch hat es hier wieder gefallen Ähm Ja Ähm Bis dahin Bis dahin Und ähm Ähm Das ist unser Lagerhaus Bis dahin Auf Wiedersehen Und Tschüss 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 Vielen Dank.